Gut, das heißt, hier müssten wir, genau, auch noch eine Fackel aufstellen. Sehr schön, dann hätten wir das auch. Dann fange ich mal an, die Rückwand zu bauen, beziehungsweise ich muss ja erstmal die Höhe bestimmen vom ganzen Konstrukt. Man soll im Stehen nur auf die Füße schlagen können. Das ist, glaube ich, erst gegeben, wenn wir das Ganze hier auch nochmal einen halben Block nach oben holen. Ich lasse mal einen in der Mitte frei, weil wir müssen ja hier noch draufklettern. Ja, ich denke, hier mit dem Schwert, doch, das wird ganz gut funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich an die Items gleich komme, weil ein, ein, hier, ne, wie heißen diese Chests, die das da ansaugen, ich glaube, die können wir mit unserem Material, die wir jetzt haben, absolut noch gar nicht bauen. Ähm, naja. Gut, dann noch das Dach oben drauf. Und dann ist die Kiste auch gleich schon fertig. Wie gesagt, einen Schönheitspreis gewinnt die nicht, aber hier geht es nicht um Schönheit, sondern ums Überleben. Und da darf man doch mal auf die Schönheit pfeifen. So, okay, das ist hier. Wir machen die nur zwei hoch, damit hier keine Endermans spawnen. Warum eigentlich nicht? Hm. Brauchen wir, ne, wir brauchen erstmal keine, ne? Ich glaube, nicht in absehbarer Zeit. Wir können das Ding, äh, super. Äh, wir können das Ding ja immer noch erweitern, wie wir lustig sind. Äh, so, warte mal, wenn ich das zubau, komme ich noch hier rein, ne? Ja. Okay. Also, ich hoffe es zumindest. Okay, da gehen uns die Loks, ach, nicht die Loks aus, sondern die, äh, die Planks aus. So, zack, zack. Sehr schön, und dann müssen wir hier das noch zumachen. Okay, aber bevor ich das mache, ne, ich mach das doch mal bis hier, weil ich nicht weiß, wie gut das jetzt hier gleich, oder wie schnell das jetzt hier gleich funktionieren wird, hab ich noch eins, ich hab hier noch Slaps. Sehr schön. Ha, banananana, banananana. Ja, vielen Dank fürs Folgen Call of Duty Freaks. Und, ähm, genau, ich nehm mal die Sachen hier raus und möchte so schnell wie möglich das hier zubauen, dass die Viecher nicht hier rauskommen. So, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, dann müsste es eigentlich, man sieht's nicht, aber es müsste, doch, man sieht es so leicht rot durchschimmern. Wenn ich hier so ein bisschen weggehe, sieht man das rechts unten leicht rot durchschimmern. Das heißt, dort spawnt auch am Tage etwas. So, sehr schön. Die Fackeln hab ich nur gemacht, damit wir hier, warte mal, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Äh, ah ja, es ist immer noch rot. Okay, ich hab's grad ein bisschen durchschimmern sehen. Äh, jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir uns hier nicht, äh, den roten Bereich mit den, ähm, ja, mit den Fackeln hier kaputt machen. So. Ja, nochmal hallo an Call of Duty Freaks, äh, willkommen bei meinem ersten Stream. Ähm, wie gesagt, hier läuft noch nicht alles. Alles perfekt, aber ich krieg schon jede Menge Tipps, wie ich was besser machen könnte. Das werd ich auch versuchen, nach und nach umzusetzen. So, wir haben jetzt eine Monster-Plattform. Dort können wir jetzt, ähm, ja, die Monster zerschnetzeln, die jetzt hier nach und nach spawnen werden. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten war das mal wieder ein Fail des Tages. Äh. Äh. So. Wir haben wieder jede Menge Kommentare, die muss ich mal eben schnell durchgehen. Äh, genau. Das war's mit den Gesprächsthemen. Kurz nicht aufgepasst. Achso, das war das mit, äh, Voltri. Okay. Ähm. Der Stream hängt. Hm. Ich hoffe nicht. Also, wie gesagt, wenn etwas ist, einfach Bescheid sagen. Äh, achso, da kommen schon keine Lags. Also, hier ist es mit zwei Rechnern am Gucken. Nichts hängt. Äh, wobei ich gerade sehe, dass 37 Frames, ähm, in einer Stunde 19 gedroppt worden sind. Ähm, ja, ich hatte ja wie die Befürchtung, weil ich einen Hybridanschluss habe, dass ich nicht streamen kann. Und ich muss zugeben, ja, es ist erschwerend, ähm, mit so einem Anschluss zu, ähm, zu streamen. Weil diese, äh, Packet Losses da, ähm, verstärkt vorkommen, weil das Bonding nicht hinterherkommt vom Router. Ähm, aber ansonsten läuft's eigentlich ganz gut. Gut, also klar, ich hatte natürlich Bedenken, dass es noch viel schlimmer ist. Aber, wie gesagt, ich finde, bis zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht meckern. So, warte mal, wie viele könnte ich denn machen? Wenn ich zwei behalte. Okay, dann bleiben noch zwei über. Okay, dann kriege ich wieder drei Erde raus. Dann hoffentlich, ähm, passt das für ein, ein Steinschwert. Das wäre ja schon mal was. So, weil Schlendermänner da rauskommen und hinter dir stehen. Achso, weiß Pesty eigentlich, dass er deine Follower besingt? Ja, das weiß er. Äh, ich habe ihn extra vorher gefragt. Ich habe jetzt natürlich keinen Screenshot, aber er weiß davon Bescheid. Ich habe ihn extra vorher gefragt, ob ich seine Vocals benutzen darf. Und wir sehen auf der Map, wenn ihr mal auf der Map schaut, südlich von mir, ähm, befinden sich Monster. Das heißt, die Monsterfalle scheint, also ich hoffe, die sind auf der Monsterfalle und nicht hier hinter uns, äh, scheint zu funktionieren. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir noch ein Schwert, ähm, um uns dieser anzunehmen. Ähm, rate mal, wer ich auf YouTube bin. Von den Leuten, die ab und zu mal kommentieren. Von... Äh, wie geht's euch allen so? Okay. Hm. Okay, warte mal. Wir haben drei Erdblöcke. Ich versuche jetzt mal, zwei Cobblestones rauszubekommen. Ihr könnt mir ja die Daumen drücken. So, wie viel sind denn jetzt rausgekommen? Ja, das reicht. Wir kriegen 3 Stück sogar raus Wir brauchen aber nur 2 Sehr schön Ach ne, ich hab keine Sticks mehr Verdammt Okay So, dann das Schwert noch Und Time to strike Jawoll, und das werden wir auch gleich mal hier drüben ausprobieren So Deep Ocean ist hier übrigens auch interessant Warte mal, hier vorne ist noch River Dann hatten wir hier Warte, hier war doch noch irgendwas anderes gerade Hier sind die Planes Okay, wir gehen jetzt durch 3 Biome Das ist auch interessant Okay, dann werden wir mal ein bisschen Monster schlachten Wo sind sie? Hier, Creeper vor allem So, alles klar Aber ich brauche Eigentlich die Skelette Ja, das ist jetzt ein bisschen doof Ich komme gar nicht an die Sachen dran Wie kann ich das denn lösen, verdammte Axt So, da ist auch ein Skelett Jawoll Oh, ich hab ein paar Hüte Äh, freigeschaltet Mist, ich muss hier irgendwie Irgendwie muss ich hier reinkommen Ich hab keine Ahnung, ob ich Ob ich einen Slap hier wegnehmen kann Äh Ist das gut? Ich hab keine Ahnung Ich versuch's einfach Jawoll, es ist Nein, es ist nicht gut Mist, jetzt sind aber auch keine Monster mehr drin Ähm Ich muss mir hier so eine Tür einbauen Oder sowas Ich glaub, das werde ich machen Aber ich muss die Sachen haben Äh, Mist, 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 Mist Wo ist meine Axt? Äh So schnell alles rausholen Und Wieder zumachen Ähm, ja, das ist ein bisschen suboptimal Das hab ich mir schon gedacht Ich muss mir hier an der Seite Eine Tür oder sowas einbauen Dass ich hier reinkomme Ähm Vorbei eine Tür Na, da geht wieder Licht durch Ne, das ist natürlich auch nicht so cool Egal Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Nein, wir haben keinen Bone Meal bekommen Aber wir haben ein Ein, äh Common Treasure bekommen Und was hatten wir drin? Natürlich Ein bisschen Gold Coins zum Einschmelzen Da bekommen wir Nuggets raus Oh, ein Emerald Und Eine Potion of Healing Auch nicht schlecht Ah, okay Hm, was haben wir hier? Ja, ich bin nicht so ganz drin Ich weiß nicht, wer du bist Wenn ich ehrlich bin gerade Ähm Das ist kein Monster Das ist ein Versicherungsvertreter Natürlich Der böse Versicherungsvertreter Als Creeper Oder der getarnte Creeper Ist klar Keine Tür Äh Zombies können diese kaputt machen Ja, Metalltüren aber nicht Ja, okay Bis zum Eisen dauert es noch ein paar Jahre Wenn es so weiter geht Ähm Also gefühlt zumindest Äh Wobei können Zombies eigentlich wirklich Die Holztüren aufkloppen? Das habe ich noch Also ich meine In neueren Versionen Ist das gar nicht mehr so extrem, oder? Ich meine Die Boxen zwar an die Tür Das hört man auch Aber ob sie die wirklich zerstören können Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen Ich weiß nicht Vielleicht bin ich da nicht mehr so im Bilde Okay Hier läuft alles Wie gesagt Es müsste echt mal dringend anfangen zu regnen Weil sonst haben wir hier ein Problem Ich werde auch noch mal Äh Doch noch mal ein paar Barrels machen Ähm Wieviel brauchen wir denn? Ich mache einfach noch mal zwei Barrels Einfach Dass es wenn es einmal anfängt zu regnen Äh zu regnen Dass wir Auch genügend Wasser zur Verfügung haben Beziehungsweise eigentlich Können wir uns ja eine unendliche Quelle rausbauen Dafür könnte ich auch schon was vorbereiten Äh Neben dem Bett möchte ich eigentlich kein fließendes Wasser haben Sonst muss ich nachts wahrscheinlich ein paar mal raus Ähm Ich würde die hier auf dem Weg zur Monster Plattform denke ich mal machen Äh Das mache ich hiermit auch So Warte mal Da brauchen wir erstmal Genau Ich mache einfach ein zweimal zwei Brunnen Ähm Das heißt hier kommt das Wasser rein Dann muss ich hier noch einmal drum bauen Ja ich weiß Jetzt können hier Monster spawnen Aber ich leuchte das gleich alles aus Alles kein Thema Okay Dann baue ich das Ja wie soll man jetzt hier rankommen eigentlich Ach Ich bin doof Äh wie soll man hier eigentlich jetzt rankommen Na super Ähm Fast zerstörte Blöcke wieder Ähm Aus dem Fokus verlieren Und ja Kennt man ne So jetzt muss ich hier aber irgendwie rankommen an das Wasser Dann kann ich ja mal ein paar Stufen oder sowas bauen Ähm Ich hätte es auch tiefer machen können Wobei da hätte ich auch was dafür gebraucht Dass wir überhaupt runter kommen Äh Ich glaube nur im Hard Modus Äh Das weiß ich nicht Hab sehr sehr lange kein Singleplayer mehr gespielt Deswegen kann es sein Dass diese Info veraltet ist Ja aber dieses Modpack basiert auf 1,7,10 Also ist es nicht auf 1,10,2 Ähm Deswegen kann es sein Dass es da noch so ist Ich weiß es nicht Ich habe wie gesagt das schon lange nicht mehr gesehen Dass die Zombies das machen Ähm So warte mal Ich wollte doch hier noch so einen kleinen Aufstieg machen Genau so ein und dann Ja wobei Dann mache ich das halt so Dann kommt man hier an das Wasser dran Ähm Ach ja ausleuchten nicht vergessen Wo sind meine Fackeln Wieder tief im Inventar verschwunden So Sehr schön Da habe ich alles vorbereitet Jetzt muss es wie gesagt Nur noch anfangen Äh Zu regnen Gut Da sind wieder Monster gespawnt Das ist natürlich ganz klasse Ähm Aber wisst ihr wie man das am besten wahrscheinlich rausfinden kann Ob die Monster die Türen einrennen können Ich werde einfach mal eine Tür bauen Ähm Ist ja nicht so aufwendig Wir müssten vorher nur Huch Wir müssten vorher nur alle Monster eliminieren Dass uns vor allem die Creeper Ähm Nicht diese Plattform hier zerstören kommen Denn Äh Zerstören können Denn Ich habe Kein Keep Inventory Und kein Ähm Mob Griefing ausgestellt Das heißt die Creeper Die werden die Krater hinterlassen Äh Die sie hinterlassen müssen Ähm Ist hier noch was? Ja da ist noch was Okay Warte mal Hier ist auch noch was oder? Ne hier ist nichts mehr Okay Ich gucke erstmal von der Seite Klonke Ach ja die ganzen YouTuber sind auch drin Ist er jetzt kaputt? Ja scheint so Ja super Jetzt muss ich nur aufpassen Dass da echt nichts spawnt Ja super Jetzt kriege ich erstmal die ganze Erfahrung Die Knochen sind sehr gut Das heißt wir können jetzt Ja was heißt jetzt Also sobald es anfängt zu regnen Können wir Porzellan herstellen Aber das ist nicht mehr so cool mit der Tür Weil Ich zeige euch das Ähm Wenn ich jetzt erst sieben Es können nur noch da vorne Monster spawnen Also tagsüber Ähm Das ist nicht so cool Das heißt wir müssten so einen kleinen Vorraum hier machen Oder Ähm So eine verwinkelte Tür Dass die Sonnenstrahlen da nicht so hineinluken Aber ich werde erstmal gucken wie ich Ähm Ich meine die rennen ja eh dann kreuz und quer da rum Ähm Vielleicht funktioniert das ja Ich muss schauen ob das funktioniert So Nein ersetzt doch die oberen Holzblöcke bei der Quelle durch Slabs Dann können keine spawnen Und das Wasser bleibt trotzdem Ja könnte man machen Ähm Viele Wege führen nach Rom Ich lass es erstmal so Das ist Man kann es ja immer noch verfeinern später Ähm Das sind ja erstmal nur die ersten Steps Okay Wir haben Knochen Sehr schön Aber es reicht nicht Uns fehlt noch ein Bone Meal Ich muss mal gucken ob ich die Zombie Gehirne auch in den Kompost schmeißen kann Es gibt nämlich zwei Arten Nämlich genau Einmal die von Thorncraft Und einmal die aus Vanilla Minecraft Und ich meine man kann eine Sorte Okay die aus Minecraft kann man benutzen Aber die aus Ihr seht schon aus Thorncraft Die kann man nicht kompostieren Das ist ein bisschen schade Aber kann man leider Ähm Nicht ändern So warte mal Hier habe ich die Zapplings wieder draufgehauen Das heißt die kann ich hier reinballern So Ach ja Es ist wieder Zeit zum Schlafen Wie gesagt Ich bin sehr dankbar Für die Tipps die ihr mir gebt Ich versuche die so einigermaßen Mit zu verfolgen Insofern Vielen Dank.